Da sind wir wieder, hallo, hallo, hallo. Genau, da sind wir wieder. Ich laufe weiter zur Factory oberhalb von Solnitschi, Paul kommt auch. Ja, ich bin unterwegs. So, ich laufe jetzt hoch auf in den Wald. Ja, weiß ich nicht, also die... das waren drei Leute. Drei? Mhm, das waren am Anfang zwei und dann ist da noch einer beigekommen. Oder vielleicht waren es auch immer drei Leute und einer hing hinterher oder so. Das ist cool, wenn ich mich so hinterhält, ich mich mit denen verbünden könnte und dann versorge ich dich immer so heimlich mit Zeug. Ah, das wäre geil. Also du rennst immer so 20 Meter hinter uns, oberhalb im Wald oder so. Ja, ja. Wie geil. Nein, ich muss mal kurz pinkeln gehen. Ey, das kommt ja, ne? Hast du das gesehen, wo ich dich verliebt habe drauf? Ja, Kacke und Kotze, ne? Ja, super geil, Kacke und Kotze. Finde ich richtig gut. Nee, aber dass du dann kotzt, wenn du... also das Kotzen tust du ja jetzt schon, aber dann bleibt die auch liegen. Ist natürlich super toll. Du kotzt jetzt schon? Hä? Man kann jetzt schon kotzen? Ja, ja, das gibt's schon. Also dass der sich dann so übergibt. Ich glaube, wenn du zu viel... wenn du hydrated bist und dann irgendwas Ekelhaftes isst, dann kotzt der, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht genau. So, ich bin jetzt, ähm, in irgendeiner Stadt. Das müsste ja so... entweder Solnichi... Nicht viele auf dem Server, ne? Solnichi, ja. Äh, was sind... Bist du jetzt in Solnichi? Ja. Ja, dann warte ich jetzt hier oben in dem Wald auf dich, ne? Ja, weiß ich nicht. Guck, guck erstmal, ob da schon... Ja, ich laufe jetzt oberhalb von diesen braunen Dingern, weißt du, diesen grauen Riesendingern. In dem Wald. Ähm, auf der Karte oder was? Ja, links halt hoch, da, den Wald. Bin ich jetzt gleich oberhalb von diesen braunen Säulen. Okay. Achso, okay. Ja, ne, ich bin jetzt, äh, ich bin doch noch nicht in Solnichi, aber ich, äh... Ah, du bist in dem, wo so ein paar Häuser vorne sind, ne? Genau, wo auch so ein Bahnübergang ist. Ja. Das ist aber dann auch nicht mehr weit, bis... So. Ja, guck, kundschaft da am besten mal so ein bisschen aus. Wenn die dich sehen, kannst du ja immer noch wegrennen. Und dass die dann mit zwei, also mit zwei werden die dann wahrscheinlich jetzt erstmal nicht rechnen. Wir können uns ja dann aus unterschiedlichen Seiten anschleichen. Weil sie überhaupt noch da sind. Das ist ja auch irgendwie, also, da müssten die ja jetzt schon seit einer halben Stunde da sein. Weil ich bin vor einer halben Stunde gestorben. Ne, vor einer Viertel... Ne, ja. Wie soll ich jetzt am besten da hinten... Soll ich runter zu diesen Riesenröhren gehen? Diesen, weißt du? Ähm... Weil ich sehe von hier oben aus dem Wald keinen. Dann geh langsam runter. Ja, aber ich kann ja nicht quer über die Wiese gehen. Da haben die mich ja eben voll erschossen. Ja, dann geh, ähm, so... Quasi jetzt noch weiter außenrum, dass du von der Seite kommst, wo wir als erstes hergekommen sind. Ja. Von dem Fluss aus. Da ist ja auch das Loch im Zaun hinten. Und da müsstest du, wenn du durch das Loch gehst, schon meinen zweiten Leichnern sehen. Also den von jetzt gerade. Äh, der hat ein blaues T-Shirt an. Mann oder Frau? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Mann. Mann weiß es nicht. Der liegt auf jeden Fall... Also nicht... Da liegen so Stapel mit so Rohren, ne? Und ein bisschen weiter vorne ist so ein Gestell, so ein Turm oder sowas. Und, ähm... Da liegt, äh, mein Typ. Meine Typin, was auch immer. So, jetzt bin ich in Solnichi. Das heißt ja gar nicht Solo-Nichi, sondern nur Solnichi. Ich sag immer Solnichi. Sol oder Solnichi. Sol oder Solnichi. Ja. Da hinten ist ein Zombie, ganz weit entfernt. Bist du dahin gekrochen oder geduckt? Ja, gekrochen. Also, bis zu dem Zaun bin ich geduckt gelaufen. Aber dann ab dem Zaun, äh, da hab ich mich so an die Ecke, also quasi da, wo der Zaun aufhört, hab ich mich so an die Ecke. Also, der Zaun direkt bei diesen riesengrauen Dingern. Ähm. Oh nein. Oh nein. Ja, fuck. Scheiße. Beenden. Oh! Ist das dein Töhl? Das war jetzt wieder klar, ne? Mann. Ja, okay, dann können wir das jetzt ganz vergessen. Scheiße, Alter. Ich hatte eine grün angepinselte M4. Ähm. Eine grün angepinselte Mosin. Und, ne, eine SKS. Und der typische M4. Können wir nicht jetzt auch Spielen drücken und wieder da drauf? Ja, ne, dann kommst du in die Serverauswahl. Und bei Verlauf steht ja auch nix. Kacke. Also bei Verlauf steht bei mir ein paar selber, aber... Echt? Auch der... Welcher, welcher... Wo waren wir dann? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, ach Mist. Was ist denn so doof hier? Ähm. 13 Uhr 31. 15 von 30 Leuten. Ich geh mal drauf. Ja, da müssen wir halt jetzt gezwungenermaßen neu anfangen. Ähm. Okay, Alter, wie weit bin ich jetzt zurückgesetzt? Wie? Ich bin wieder in Solnichi. Hey, wo bist du schon auf dem Server? Ja, ja. Hab ich doch grad gesagt. Was ist das da? Gut, dann... Dann loote ich jetzt Solnichi. Und du lootest am besten da vorne, das wo du jetzt bist. Wie viele sind drauf? Fünf Leute oder so. Ah. Oh mein Gott. Viel Spannend. Oder? Oh mein Gott. Eins, zwei, drei, vier, vier, vier... Ja gut, 15. Ja, 15. Hab ich auch eben gesagt. Ja, okay. Ich bin auch viel weiter vorne gespawnt. Irgendwie... Ich weiß nicht, ich hab nichts. Ich kann nichts verlieren. Aber ich hab trotzdem Schiss erschossen zu werden. Ja. Also ich hab trotzdem so eine ganz kleine Anspannung mit mir. Mhm. Wenn ich jetzt hier quer über eine Wiese laufe. Aber ich finde das viel schlimmer, wenn man voll ausgerüstet ist. Obwohl man dann eigentlich sich besser wehren kann. Ja. Ist das trotzdem irgendwie... hat man gar keine Lust zu sterben. So, ich bin jetzt hier durch den offenen Zaun und dann waren hier zwei... Oh nein, das ist ein Zombie. Oh, der rennt auf mich zu. Wie doof. Ich hab einen roten Rucksack. Ich hab ein... Oh, noch ein Zombie. Das gibt's nicht. Diese drei Paar Schuhe. Okay, aber das sagt schon mal, dass hier niemand ist. Wie doof. Ja, das war jetzt echt irgendwie blöd. Finde ich nicht so gut. Uh, sind die schnell. Okay, Alter. Hab ich hier voll die Hälfte übersehen? Oh, sind die schnell... Alter, die ist ungefähr zehn Meter hinter mir. Und trifft mich, wenn die springt. Boah, Alter, wieso sind die so schnell? Ich kann nicht mehr in den Weg rennen. Boah, die treffen mich. Wieso treffen die mich denn? Wie kacke ist das denn? Oh. Boah, du so. Du so. Also die springen nicht so an, oder was? Ja. Okay. Also wenn man langsam geht, und dann so geduckt und langsam geht, dann kann man relativ dicht an denen vorbei. Warte, Steuerung, Zuordnung. Nein, ich mach Shift. Zusätzlich noch... Zweimal nach Wiggy. Oh, 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 die ist direkt hinter mir. Oh, ich dachte, die hätten mich nicht mehr verfolgt. Oh, jetzt sind schon drei hinter mir. Okay, ich laufe nach Solnitschi, ne? Ja. Ey, wie cool. Man kann jetzt... Die Kochtöpfe kann man aufmachen. Und dann reingucken, was da drin ist. Also dann kann man auch Sachen reintun. Ich hab die ganze Zeit da, wo mein Punkt ist, ne? Ja. Wo du hinguckst, ist die ganze Zeit so ein Sechseck drumherum. Äh, so ein Achteck. So ein blauer, das weißt du, wie von der Sonne. Äh, ja. Aber irgendwie geht das nicht weg, das ist so ein Bug oder so. Oder? Ne, ist doch nicht ein Bug. Ist wirklich die Sonne, weil die so durchsteht im Moment. Aber das finde ich schon voll cool, wenn du so hoch in die Sonne guckst, dass da überall so... Ja. Ja, das liegt einfach an der Engine, weil die so gut ist. Ähm. Ja, ich bin jetzt in Solnitschi. Wo bist du denn genau? Komm mal auf die Gleise. Ähm, warte. Ich muss mal ganz kurz hier... ...meine Hose ersetzen. Ey. Du sollst deine scheiß grüne Jeans ausziehen. So. Ja, ich bin jetzt gleich da. Ich bin noch hier drin, äh, in so einem großen... Ja, komm mal immer auf die Gleisen. ...wo immer so viel Loot drin ist. So. Bist du links oder rechts von den Gleisen? Ich bin in... Also landeinwärts. Ne, Quatsch. Ich bin jetzt beim Bahnübergang. Ja, ich auch. Ja, hallo. Hallo. Hi, ich bin Jascha. Ja. Ah, Zombie, 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 Zombie. Wo? Oh, heran. Wir wollen den jetzt nicht boxen. Ne. Also ich hab zwar schon ein Schlaggerät... Und da ist noch einer. Ja, lass uns erstmal wegrennen. Das ist nur ein langsamer Zombie. Gut. Äh, was ist da rechts? Ist da ein Hafen oder so? Weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Das regt mich jetzt gerade schon wieder auf, dass wir den... Wir können uns jetzt nicht mal bei denen rächen, weißt du? Ja. Das hätte man ja noch mal verlangen können. Aber die sind ja auch rausgeflogen. Vielleicht ist das bei denen ja auch nicht gespeichert irgendwie irgendwas, weißt du? Ja, aber das bringt uns ja jetzt auch nichts. Ne. Das ist wirklich doof. Ich geh mal hier in das Haus rein. Wo bist du denn? Oh nein, ich hör'n Zombie. Ja, achso, in das Grüne bist du reingegangen? Weiß ich nicht. Ja, da ist ein Zombie. Und da kommt gerade der zweite Zombie. Hier rein? Ja. Also der eine Zombie ist gerade zu mir gekommen, weil er mich gesehen hat. Oh! Bist du hier reingegangen? Ne. Dann war das ein Zombie. Das ist ein Zombie, der gerade bei dir reingegangen ist. Der andere Zombie, der zuerst kam, der ist jetzt bei mir. Und da vorne steht noch einer auf der Straße. Alter. Scheiße, wenn die jetzt schon so viele Schläge aushalten mit der Feuerwehr-Axt, wie soll ich die denn jetzt kaputt machen mit dem... Ja, komm, wir rennen einfach weg. Das sind drei Stück. Kein Sinn. Komm, wir rennen runter. Wo runter? Da. Ja, die Straße runter. Die Straße geht immer zweimal runter. Boah, vier Stück, Junge. Komm. Ich muss mein T-Shirt gerade mal into Rex-tieren. Bist du noch blieben? Ja, ziemlich stark. Aber ich hab zum Glück Handschuhe an. Guck mal, ich mach voll die Blutspur, wenn ich hier so im Zickzack laufe. Streu ich das wie so ein Kalkstreuer. Alter, so voll die Zombie-Horden hinter uns. Ja, die laufen gleich nicht mehr hinter uns. Ja, komm, wir gehen mal hier so ein bisschen rein. Noch ein paar andere anlocken. Hm, ja. Äh, warte, dann lass mich mal kurz hier... Hä, ist das hier nicht ein Einkaufsladen? Ach, scheiße, da kommt noch einer. Echt, wo? Ach nee. Doch, oder? Ist das ein Einkaufsladen hier? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt hier in dem Haus dran. Der kommt aber noch einer. Rotten Potato. Beach Baseball Cab. Oh, was ist das? Ja. Nee, brauch ich gar nicht. Oh, da ist ja direkt einer, wenn ich hier rauskomme. Ja. Ich bin schon weitergelaufen. Wo denn? Ich sitz hier. Warte. Rack dich mal eben. Ja, hab ich schon. Ich lock dich mal eben hier so ein bisschen hin und her. Nee, ich hab fertig. Lass uns jetzt mal... Sollen wir jetzt direkt nach Cerno laufen? Also machen wir ja gerade, aber... Das dauert aber lang, ne? Oh, ich werd voll so getroffen. Querfeld einlaufen. Da ein Bergkuch? Hm? Ja, nee, dann... Doch, komm, so ganz schräg. Boah, Alter, wieso werd ich so krass getroffen? Das gibt's gar nicht. Guck mal, wie weit die hinter mir sind. Und ich werd getroffen und getroffen. Die sind direkt hinter dir bei mir. Echt? Aber du musst aufpassen, dass du nicht langsamer wirst beim Hochlaufen, weil dann die Zombies werden nicht langsamer beim Hochlaufen. Nee, seh ich gar keinen mehr hinter mir. Hast du gehört? Du darfst nicht langsamer werden. Siehst du noch einen hinter mir? Äh, warte. Nee, die sind alle weg. Da, durch die Häuser können wir auch nochmal gehen. Och, Mann. Eine grüne SKS. Ja, eine SKS finden wir schnell und eine grüne Spraydose wahrscheinlich auch. Okay. Okay, Mama. Wenn du nur Shift, ne? Also auf Shift schnell rennst, kannst du einfach nur Shift drücken. Musst nicht mal eine W drücken. Ja. Ja, ja, weil man belegt das ja mit Doppel-W. Musst es ja nicht mit Doppel-Shift belegen. Ähm. Ja, ich glaub, ich ändere das gleich auch. Ähm. Ich hab ne Idee, wo wir jetzt hergehen. Ähm. Loote mal hier die ganzen Häuser. In den gemischen Strecke. Das ist die erste Strecke, die ich jeweils, äh, jemals in DayZ gelaufen bin. Das war noch in der Mod. Die laufen wir jetzt. Ich geh gegenüber das. Ja, okay. Ist in Ordnung, okay. Ist absolut okay. Ist in Ordnung. Darfst du machen. Erlaub ich dir. Oh, hier ist die Tür auf. Uh. Hier auch. Also war hier auch. Nee, komm, dann brauchen wir nicht hier. Liegt aber ne Flashlight. Es liegt hier, ne Blue Jeans. Ich hab schon ne Handtapel. Oh, cool, ich hab ein Motorrad. Einen roten Motorradhelm. Hast du schon ein Motorrad? Mhm. Cool. Zieh ich ne... Nee, der ist badly damaged. Zieh ich ein badly damaged Motorradhelm an? Hm. Keine Ahnung. Nee, ich hatte... Ey, warte mal. Kann man nicht ein Burlap-Sack als Rucksack benutzen? Ja, mit Stöcken. Achso. Aber so als Sack nicht, ne? Nee. Da müssen Stöcke dran. Okay. Äh, kommst du? Jo. Einfach nur aus dem Vorn, aus dem Haus raus, aus dem Grün. Boah, Alter, sind die... Sind die am... Ist die am Schnaufen? Ja, ist ja ganz schlimm. So, und jetzt laufen wir nämlich einfach hier entlang. Und dann rechts. Oder? Sollen wir links laufen? Ja, die muss mal gucken, wo wir auf der Karte sind. Okay, ja, knapp unter. Erst mal... Lass uns erst mal in die Scheune rein. Ach, da. Ja, dann lass mal runter, dieses Gezackte. Nach Tulga. Ja, warte. Hier war ich schon mal. Hier war ich auch schon mal. Ähm... Nach dem Gebieter. Auf dem Gebieter. Geh mal. Y-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Z-Z-Z-Z-Z. Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Z-Z-Z-Z-Z-Z. Der kommt auf uns zu. Zombie. Zombie! Zombie. Gut, dass ich hinter dem Zombie herlaufe. Alter, wie schnell der ist. Ja, Junge. Boah, Alter! Der ist richtig schnell. Oh, scheiße, und die läuft langsam. Kacke, die läuft langsam! Komm schnell da, Schlampe! Puh, das gibt's gar nicht, das gibt's gar nicht. Boah, weißt du noch, das war irgendwie Folge 12 oder so, da sind wir durch den Wald gelaufen und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, in der Wildnis gibt's ja auch jetzt voll wenig Zombies nur noch, ne? Ja. Und auf einmal kamen durch den ganzen Wald Zombies angelaufen. Und dann Paul Walker, ne? Ja. Warte. Da war Paul Walker erst gerade tot, ne? Ja. Boah, das ist schon wieder ein Jahr her. Ja, fast. Ja. Äh, wann haben wir die erste gedreht? Naja, das war eigentlich erst... Wann haben wir die erste Folge gedreht? Ähm... Damals. Das war Januar. Das ist eigentlich erst zwei Monate her oder so. Januar? Oder Februar? Ähm... Weiß ich gar nicht mehr gerade. War das... Ne, das war nicht in den... Ne, in den Weihnachtsferien war das nicht. Oder? Ne, stimmt. Ich hab ja zuerst mit dem Dennis ganz oft noch alleine gespielt, bevor du überhaupt erst dabei warst. Echt? Und wir aufgenommen haben. Ja, ich hab ja richtig viel mit dem Dennis vorher gespielt. Ach ja, stimmt. Also wirklich... Ja, ich hatte ja da auch schon meine 60 Spielstunden zusammen oder so. Warte mal, warte mal, warte, warte, warte. Achso, ich dachte hier steht ein Haus. Hab ich grad so im Augenblick gesehen. Doch nicht. Warte mal, kann man denn was trinken? Ne. Konnte man mal. I feel damp. Ja, ich auch. Geschwitzt, ne? Ne, nass. Achja, jetzt bin ich soaked. Super. Alter, ein completely soaking. Ja, ich auch nicht. Auch. Das ist aber blau. Ich bin extremely hungry. Oh, und ich bin aus dem Spiel rausgegangen. Ich hab noch, äh, ne Frucht. Die ist zwar nicht mehr gut, aber... Bevor du dann verhungerst, stirbst du lieber an Lebensmittelvergiftung. Ähm... Zombie. Wo? Ich hör einen. Ja, lass mir jetzt hier nicht zickzack ran, ne? Hä? Wir laufen jetzt... Nein, Alter! Wo willst du denn herlaufen? Holger, komm mal hier hinten wieder hin. Ja, ich bin bei dir. Ja, hier einfach durch den Wald. Guck da mal auf die Map. Ja, stimmt. Hast recht. Hast recht. Hast recht. Ohhhh. Jetzt geht ich. Guck mal, das ist so ein ausgetrocknetes Flussbett hier, ne? Ja. Wo... ein Baum drin steht, der... dann eigentlich mitten im Fluss stehen müsste. Alter, wir haben schon wieder 20 Minuten. Und haben ja nichts erreicht. Ne. Aber nächste Folge erreichen wir bestimmt ganz viel. Das seht ihr dann. Tulga in dem riesen Ort. Ja. Da werden wir... Da werden wir alle wegbashen. Naja, gut. Dann bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.